Guten Tag, hier spricht die Polizei. Guten Tag, mein Name ist Angelika Schneider. Hier ist ein schwerer Autounfall. Es gibt viele Verletzte und sogar Tote. Sie müssen sofort kommen. Das tut mir leid. Das geht jetzt nicht. Die Führerin geht gerade mit ihrem Mund spazieren. Alle verfügbaren Wagen sind zum Schutz unserer Führerin unterwegs. Wie bitte? Alle verfügbaren Wagen? Ja, die Führerin hat sich so viele Feine gemacht, dass sie in ständiger Gefahr ist. Und da sie so viele Persönlichkeiten hat, brauchen wir jeden Mann für unser Sondereinsatz, Kommando. Und die Verletzten? Rufen Sie morgen früh einfach die DEW an. Ich spreche nicht mehr mit Ihnen. Unsere Führerin verbietet uns das. Tut, 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 tut. Was ist denn hier nur los?